Ein Video am Sommerstag, ein paar am Freitag. Er schießt das Ding da links über die Ecke. Schön die Flugkurve nachgezeichnet. Ein bisschen spät getroffen, leicht gecuttet, das ist der Shape, der nicht wirklich zu dieser Spielbahn passt. Das ist eine ganz andere Version. Eiser. drei Bogis und sieben Paar im Verlauf der Runde. Deshalb hat er die Führung abgegeben. Der Feld ist nicht die ideale. Im Stechen verloren. Die Flugkurve bei Nox, dieser kleine Drawer in die Bahn rein, das ist das, was man machen möchte hier. Der trifft dann rechts weg, der geht Richtung Bunker. Der ist knapp da. Kommt rechts, bleibt er auf der Bahn? Bleibt er? Nein, aber zumindest trocken. Russell Knox Safety Version. Unter Schuss, aber ich glaube nicht, dass Kevin Kisner in der Lage ist, dieses Grün mit zwei Schlägen zu erreichen.